Hallo, ich melde mich heute bei euch von einer neuen Displaysbegehung. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft und ich hoffe, dass damit die Qualität auch besser wird. Ich sage mal, wir gehen jetzt einfach mal los. Schauen wir mal, wo es hier so überall hingeht. Oh, die Keller hier sind ja groß. Okay. Schauen wir gleich mal. Oh, der Bauernschrank. Oh, der Zimmer. Hey, okay, will you watch me? Do you have something? Jessie. Oh, das ist so nice. Brauerei. Na gut, wenn es hier mal eine Brauerei gab, die ist auf jeden Fall der. Gucken was hier noch ist, Toiletten, alles total renaliert hier schon, haben wir geklärt. Das ist ja unheimlich groß hier unten. Oh, hier steht alles hinter Wasser. Noch nicht schlecht. Schaut mal, mein Kegelmann. Noch ein bisschen mehr Licht hier unten. Schön. Ist das eine matschige Plurre. Oh, und noch eine Kegelband. Gibt es drei Stück. Es ist hier gerade eklig. Alles steht unter Wasser. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt auch erstmal nach oben und mal schauen, was es da noch gibt. Auf und halt zu. Hier ist Ende. Hier geht es nicht weiter. Die Luft ist aber nicht mehr als eklig. Hier geht es nach oben. Eieieieiei. Ich kann das erkennen. Wahnsinn, was hier randaliert wurde. Die Küche. Eine offene Küche. Und nicht schlecht. Und nicht schlecht. All right, let me take it out of the bodenhoch. Alte Mangel, richtig alt. Großküche, aber die ist komplett leer. Wow, guck euch das mal an. Ein großer Tanzsaal für Veranstaltungen und so. Richtig nice. Wunderbar, was gibt es denn halt da? Ist das ein großer Raum. Das hätte ich von außen nicht gedacht. Wahnsinn. Ja. Frühstückspuffet oder sowas. Also hier gibt es einen Gang nach dem anderen. Ist das hier riesig? Hagelneue Gläser. Oh, Garderobe. Garderobe pro Teil 1,50. Na, liebe Leute, wie ist das mit der Kamera? Besser von der Qualität her? Ich denke mal ja. Ich glaube, hier gab es eine Schaubrauerei. Sicher bin ich mir aber nicht. Kannst du hier laufen oder willst, da findest du immer wieder neue Gänge. Das ist Wahnsinn. Ah, Brau-Vorgang. Schön. Sehr, sehr schön hier. Einten seht ihr den Maggi. Ich werde hier heute auch kein Album machen. Ich werde hier heute nur mal reinfilmen. So eine Schmiererei müssen sein. Mal sehen wir, dass hier schon idioten waren. Ein offenes Fenster. Nehmen wir das mal an. Geht gar nicht. Sehr schön da. Sehr schön da. Mal gucken, was es hier noch zu entdecken gibt. Mal gucken, was es hier noch zu entdecken gibt. Mal gucken, was hier noch zu entdecken ist. Mal gucken, was hier noch zu entdecken ist. Das ist der Hang von oben runter. Mal gucken, wie es hier noch zu entdecken? Mal gucken, was hier noch zu entdecken ist. Mal gucken, was hier noch zu entdecken. Sehr schön, sehr sehr schön hier, vor allem auch hier viele tolle Sachen noch zurückgelassen, wo man sich fragt warum. Aber na gut, das ist ja sehr oft so. Schauen wir mal, ob sie irgendwo noch weiter geht. Ach, die Tür ist zu und bleibt es auch zu. Irgendwo muss sie hochgehen. Die Frage ist nur, wo? Entweder hinten hinter der Tür, die da zu war. Irgendwo muss es ja noch hochgehen. Es war ja noch was drüber, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber hier ist alles dicht. Keller war ich gerade. Ich weiß nicht, was diese Scheißhakenkreuz-Schmierereien jedes Mal sind. Das ist sowas von lächerlich. Ja, das ist die Empora. Und irgendwo war deine Frau hier gerade, die hat nämlich gemault, weil ich Licht anhab. Da ist ja. Hat keiner verstanden, was sie gesagt hat? Die Empore macht seltsame Geräusche. Hört mal. Das heißt, hier braucht man so gar nichts, ne? Naja, es ist echt gut, die Akustik hier drinnen. Da kommt so eine Kino auch hier. Da oben die ganzen Dinger, ne? Ja, die fressen. So. Ich geh mal wieder runter. Wo geht deine Frau eigentlich runter? Hoch. Hier kann man auch gehen. Oh, ne Treppe. Hat sie wahrscheinlich nicht gesehen. Macht auch nix. Oh, ein Schwamm. So. Ich bin unten. Ich geh mal kurz hinter die Bühne schauen, ob es da noch irgendwas gibt. Und ansonsten geh ich gleich nochmal runter in den Keller. Und schau mich da nochmal um. Ach, da geht's hoch. Und bestimmt so ein oder andere schöne Konzerte stattgefunden. Das ganze Deko-Schrottlicht hier. Einmal ohne Ende. Wow. Und der Boden gibt morgensmäßig noch. Das war jetzt gerade kein gutes Gefühl. Haben wir denn hier noch? Die Lampen und so einen Scheiß. Also die Bühne hat einige lose Platten. Ja, ich weiß. Ich hab' schon gemerkt. Ich steh' eben. Was? Ich steh' eben. Ich steh' eben. Ich steh' dich. Mahlzeit. Ach der Kai. Ja, hi. Ich habe nur gerade Geräusche gehört. Warte, ich mach mal eben die Kamera aus. Ja, die Geräusche haben sich dann einfach nur als andere Kollegen erwiesen, was ja auch eigentlich ganz gut so ist. Das letzte Mal, als ich vom Sicherheitsdienst überrascht worden bin, ist das Gott sei Dank gut abgelaufen, aber man weiß ja nie, wie die Einzelnen drauf sind. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch mal runter gehen im Keller, dann noch ein bisschen filmen und dann gehe ich auch gleich raus. Ich muss gestehen, ich habe mich jetzt hier unten gerade ein bisschen verfranst. Ich wollte noch mal zu den Kegelbahnen und ja. Irgendwie... Ja, da haben wir sie. Wer hat denn jetzt? Irgendwas tropft mich hier an. Ja, das ist nur die Frage, wo jetzt hier die Türe sein sind. Das ist da, wo du geguckt hattest gerade. Echt? Ja. Und da ist offen? Ja. Wo ist die Tür? Hier. Okay. Ja, genau. Gut. Ich bin dann jetzt hier auch raus. Verabschiede mich jetzt hier mit diesem Video auch. Und sag dann mal bis zum nächsten Mal. Ich habe mich entschieden, dann doch noch ein paar Bilder zu machen und werde dann gleich noch mal kurz reingehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.